mit meiner Bemerkung, dass es hier um seine erste Parlamentsrede handelt. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich schiebe mal meine Rede zur Seite, weil ich habe gar nicht gewusst, dass so viel Realsatire heute im Deutschen Bundestag vorgetragen wird anstatt Realpolitik. Ich habe von 2007 bis 2010 eine Lehre bei der Sparkasse absolviert als Bankkaufmann. Kennen Sie das? Nein, das ist kein SPD-Parteibuch. Anders als vielleicht die Altersgenossen bei den Jusos scheuen wir uns nicht vor der staatspolitischen Verantwortung in meinem Alter bei der CDU-CSU, liebe Freunde. Nein, es ist ein Sparkassenbuch. Es ist ein Sparbuch, was für Vertrauen steht. Und die Aktuelle Stunde, liebe Liberale, die Sie hier fordern und mit welcher Angst Sie jetzt versuchen, Angst zu schüren und Vertrauen zu zerstören, muss ich wirklich sagen, das ist mehr als despektierlich. Wenn Sie davon sprechen, dass Einlagensicherung demnächst europäisch vereinheitlicht werden soll, dann sagen Sie mir doch bitte, wo das steht. Was hat denn der geschäftsführende Finanzminister gesagt? Wir haben eine Roadmap, an die halten wir uns. Und wenn alle Punkte abgearbeitet sind, dann können wir uns am Ende des Prozesses darüber unterhalten. Und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, liebe Liberale. Und, lieber Dr. De Massi, ich empfehle Ihnen mal, mit Ihren linken Genossen in Wittenberg zu sprechen, der Landrat und gleichzeitig Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse ist. Sprechen Sie mal mit ihm über den Vorschlag, die Eigenkapitalquoten zu erhöhen. Und dann bin ich mal auf seine Antwort gespannt. In den Regionalbanken, die so wichtig waren während der Finanzkrise, um das deutsche Finanzsystem aufrechtzuerhalten, sind die Eigenkapitalquoten schon peu à peu erhöht worden. Zur Folge hatte es, dass vor allem Umstrukturierungsmaßnahmen in den Regionalbanken die Folge waren, unter anderem mit ihrem Verwaltungsratsvorsitzenden, Fialschließungen in der Fläche, Personalabbau in der Fläche. Das ist die Ehrlichkeit, wenn Sie noch höhere Eigenkapitalquoten fordern, und gerade im deutschen Bankensystem. Das würde unsere Regionalbanken kaputt machen, liebe Freunde. Und wir müssen auch ganz ehrlich sagen, Dr. Schick, Sie sprechen ja von einer Eigenkapitalquote mittlerweile von 10 Prozent, 950 Milliarden Euro, und meinen, dass hervorragende Regelung der USA, dass das super läuft. Wir sind aber nicht Amerika. Wir sind aber nicht Amerika, Herr Dr. Schick. Und unser Ziel ist es, und da bleiben wir auch dabei, dass das Risiko im Bankensystem europaweit reduziert werden muss. Ich denke, da sind wir uns einig. Dass wir einheitliche Regeln haben, die umgesetzt werden müssen. Dass die faulen Kredite, für die die Sparer auf der anderen Seite mit haften, egal in welchem Land, reduziert werden müssen. Das muss unser Ziel sein. Und am Ende des Prozesses gehört es dazu, miteinander zu reden. Und miteinander zu reden, und darum ist es auch gut, dass man darüber diskutiert, miteinander zu reden. Also ich bin, ich gehöre ja zu einem der wenigen ganz Jungen, die unter 30 hier im Deutschen Bundestag sind und vor allem von Europa profitieren und von der Reisefreiheit. Und liebe Abgeordnete der AfD, was Sie hier preisgeben, spiegelt Ihr ganzes Bild zu Europa wieder. Und Sie haben es am besten bewiesen, letzte Woche, letzte Woche, als der französische Präsident, der Assemblée nationale, auf Deutsch hier eine perfekte Rede gehalten hat mit Ihren Reaktionen. Das war beschämend für unser Land. Ich schäme mich dafür, dass Sie so reagieren. Und Sie fordern, Sie fordern eine Kultur in Deutschland. Und zu was gehört denn Hochkultur? Das gehört dazu, dass man miteinander spricht. Und wenn eine Aktuelle Stunde auf dem Tisch ist, dann reden wir miteinander. Und dann reden wir auch mit den Franzosen. Und wenn die Europäische Kommission einen Vorschlag macht, dann gehört es in einer deutschen Kultur, aber auch in einer europäischen Kultur dazu, dass man miteinander spricht und nicht wie Sie hier sitzt. Und ich zitiere, und das ist eine Schande, von einer größten deutschen Kapitulation seit dem Zweiten Weltkrieg zu sprechen, das ist beschämend, dass solche Worte hier im Parlament fallen von Ihnen. Ich schäme mich dafür. Herzlichen Dank. Lassen Sie uns miteinander reden. Ich freue mich darauf. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Als nächstes der Kollege Markus Töns. Vielen Dank. Vielen Dank.